Musik Titel der Islamische Faschismus Er ist Wissenschaftler, war früher selbst Muslim und will aufklären, warnen, verändern. Was er damit auf jeden Fall schon verändert hat, ist sein Leben. Unfreiwillig, denn fanatische Muslime wollen ihn tot sehen. Sie sehen Hamid Abdel Samad gleich hier auf diesem Sofa und sein Wirken jetzt sofort. Der Politologe ist ein ruhiger, nachdenklicher Mann, der in Interviews und bei Lesungen moderat auftritt, in seinen Büchern aber kompromisslos, radikal und provokant argumentiert. Egal, ob er über seine eigene Geschichte, über seine ägyptisch-muslimischen Wurzeln schreibt oder die Gefahren des politischen Islam schonungslos analysiert. Bekannt ist Abdel Samad auch aus der Fernsehsatire Deutschland-Safari mit Henrik M. Bruder. Deutsche Befindlichkeiten aus muslimisch-jüdischer Sicht. Zwischen 2011 und 2013 nimmt er an den Protesten in Ägypten teil und berichtet für die ARD. Nach der Wahl Mursis wandelt sich sein Optimismus in tiefe Enttäuschung. Das ist auch in seinem neuen Buch, der islamische Faschismus, zu spüren. Er trifft allein schon mit dem Titel einen sehr empfindlichen Nerv, sowohl bei seiner deutschen Leserschaft als auch bei vielen Muslimen. Er sieht Parallelen und zieht Vergleiche zwischen Faschisten und Islamisten. Aufklärung durch Tabubruch, das ist der rote Faden in seinen Büchern und in seinem Leben. Ich bin vom Glauben zum Wissen konvertiert, eröffnet er vor einigen Jahren seinem Vater, einem tiefgläubigen Imam. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist ebenso eng wie streitbar. Vom Vater lernt er mit vier Jahren die ersten Koranverse. Der steht trotz aller Differenzen zu seinem Sohn. Auch als letztes Jahr verschiedene Prediger bzw. Gelehrte öffentlich den Tod von Hamid Abdel Samad fordern, weil er den Propheten beleidigt habe. Auslöser für die Drohungen war ein Vortrag in Kairo über religiösen Faschismus. Ein mutiger Verleger hatte schon 2010 das Buch »Der Untergang der islamischen Welt« auf Arabisch herausgebracht. Doch die Unantastbarkeit des Korans anzugreifen, zu behaupten, Fanatismus und Intoleranz seien schon in den Wurzeln des Islam angelegt, geht auch manchen liberalen Muslimen zu weit. Dabei weiß kaum jemand besser als Hamid Abdel Samad, wovon er spricht und schreibt. Schon während seines Sprachenstudiums in Kairo sucht er für einige Zeit Halt in der Muslimbruderschaft. Auch in Deutschland, wo er Politikwissenschaft studiert, kämpft er mit seiner Zerrissenheit zwischen den Welten. Persönliche Krisen führen zu Klinikaufenthalt und Therapie. Und er beginnt zu schreiben. Immer kritischer wird seine Haltung zum Islam. Jetzt schlägt er den historischen Bogen zum Faschismus, der für ihn eine Art politische Religion ist. Die Anhänger glauben, im Besitz der absoluten Wahrheit zu sein. Faschistische und islamistische Ideologie sind sich ähnlich, richten sich beide gegen Moderne, Aufklärung, Marxismus und Juden, so Hamid Abdel Samad's provokante Thesen. Drastisches Wachrütteln der Öffentlichkeit oder eine Ohrfeige für strenggläubige und liberalere Muslime? Schönen guten Abend. Ist es eine Ohrfeige für liberale Muslime? Nein, das ist Islamkritik. Das gehört zum Humanismus dazu, wie Religionskritik insgesamt zum Humanismus gehört. Wir hatten so viel Kritik von Christentum und Judentum gehört. Und das gehört zur Aufklärung. Und wir hören nicht empörte Christen, wenn ein Buch erscheint mit dem Titel Die Kriminalgeschichte des Christentums oder Wer war Moses? Aber warum ist es so beim Islam, dass es zu Empörung führt? Das ist ja ein Teil des Problems. Sie wissen auch, dass es sofort zu Empörung führt, wenn man irgendwas mit dem Faschismus vergleicht. In Deutschland zucken dann alle sofort zusammen, reflexartig und sagen, das kann man doch nicht machen. Gilt die alte Weisheit? Man darf alles vergleichen und nicht gleichsetzen? Ja, vergleichen bedeutet nicht gleichsetzen. Und Faschismus bedeutet nicht gleich deutscher Faschismus. Ich weiß, viele Deutsche denken, sie hätten ja Copyright auf diesen Begriff Faschismus. Es gab auch den italienischen Faschismus, den spanischen, kroatischen, polnischen, japanischen und eben auch den islamischen Faschismus. Faschismus war Zeitgeist in den 20er Jahren. Bei mir im Hintergrund steht noch ein Fragezeichen hinter islamischer Faschismus. Bei Ihnen braucht es das Fragezeichen nicht. Warum ist es für Sie zwingend notwendig, den Islam mit dem Faschismus zu vergleichen? Weil ich den Vergleich auf drei Ebenen gemacht habe. Die Ideologie, die Organisationsstrukturen und die Ziele. Und sie sind so ähnlich. Die Ideologie, die wegbreiter ist für Gewalt. Die Ideologie, die die Welt in Gut und Böse aufteilt. Die Ideologie, die von der eigenen Gruppe, von der Überlegenheit der eigenen Gruppe, Auserwähltheit, Verachtung der Feinde. Wenn wir jetzt zu Organisationsstrukturen kommen, dann sehen wir einen charismatischen Führer in der Mitte. starke Hierarchien, Zugang zu absoluten Wahrheiten. Wenn wir zu den Zielen kommen, dann kommt die Uniformierung der Gesellschaft, Kultur der Einschüchterung, Verherrlichung des Todes und am Ende der Traum von der Weltherrschaft. Das verbindet Islamismus und Faschismus. Kann man es auch so vereinfachen, dass man sagt, überall da, wo Religion in den Staat, in Politik reinregiert, ist der Aufbau von Demokratie erschwert bis unmöglich? Ja. Absolut. Es gibt viele wohlwollende Islamwissenschaftler, die sagen, Islam und Demokratie passen nicht zusammen. Ich finde das nicht der Fall, denn sie haben miteinander nichts zu tun. Demokratie geht davon aus, dass der Mensch der Souverän ist, der Gesetzgeber. Islam geht davon aus, dass Gott der Souverän ist und der Gesetzgeber. Und dass seine Gesetze auch nicht verhandelbar oder veränderbar sind. Ich meine, wenn ich so frage, gehe ich ja eigentlich auch so vor der Arroganz aus, dass ich jetzt Demokratie schon als das Allheilmädler hinstelle und sage, da müssen auch arabische Staaten hinkommen. Das ist ja schon eigentlich frech, ne? Nein. Demokratie ist die zweitbeste Lösung, weil wir ja die erstbeste Lösung nicht haben. Und es hat sich bewährt, Demokratie und Freiheit. Und wenn ich so ein Buch schreibe, dann will ich niemanden uhrfeigen oder kränken, sondern ich will aufklären, ich will Kritik üben. Und wir haben es zu tun mit einer Erkrankung in der islamischen Welt und eine Erkrankung, die wir ja auch in Europa haben. Islamismus gibt es nicht nur in der islamischen Welt. Gibt es denn so etwas wie eine Teilheilung, zum Beispiel einen moderaten Islam? Da wird immer die Türkei als Beispiel aufgeführt. Was ist das? Warum brauchen wir immer zwei Sachen zusammenquetschen, die nicht zusammengehören? Moderat und Islam. Moderat und Islamismus gibt es auch. Wozu das? Die Religion hat mehrere Seiten. Hat eine spirituelle Seite, soziale Seite und politische Seite. Ich habe nichts gegen die spirituelle Seite, aber die politische Seite der Religion stört und kann nicht Grundlage für die Demokratie sein. Im Gegenteil, das ist ein Teil des Problems, das stört die Demokratie und man muss das thematisieren. Ich glaube ja, dass ich noch 5000 Mal Tagesschau gucken kann und noch 50 Dokumentationen über die arabische Welt, über wer gegen wen mit wem und den Islam. Ich werde es wahrscheinlich nie richtig verstehen. In Ihrem Buch machen Sie das aus an einer diktatorischen Zwiebel. Können Sie die ganz einfach und kurz mal häuten? Ja, wir haben mehrere Schichten der Diktatur in der arabisch-islamischen Welt. Die erste Schicht, Clan, Dynastien wie Mubarak, Ben Ali, Gaddafi, Assad. Darunter ist die Militärdiktatur und im Kern dieser Zwiebel ist die religiöse Diktatur, die das Denken der Menschen, die die Gesellschaftsstrukturen bestimmt. Und man kann nicht zur Demokratie erlangen, ohne diese Zwiebel zu häuten, ohne diesen Kern auch zu bearbeiten. Die Religion, alles unantastbar zu betrachten, den Koran und den Propheten, das ist ein Teil des Problems und das versuche ich auch im Buch anzutasten. Und da legen Sie die große Hoffnung auf die Frauen. Ja. Warum, dass die es schaffen? Weil die Frauen ein wenig befreiter sind von diesem Machismus, von dieser Rivalität zwischen Westen und Osten. Und weil sie kreativer auf die Probleme schauen und auch kreativer auf die Religion. Der Islam ist nicht reformierbar, aber das Denken der Menschen ist reformierbar. Und da ist meine größte Hoffnung. Und da sind die Frauen für mich ganz vornehm dabei. Und da sind die Frauen für mich ganz vornehm dabei.